Oh, wir kriegen eine neue Fähigkeit. Alles klar. Die nehm ich mir doch auch mit, ne? Wurfhaken, das ist doch bestimmt das, oder? Ja, ja, am blauen Moos, um dich zu ihnen zu ziehen. Endlich haben wir das auch. Los. Wie, äh, siehre einen Haken an und drücke, hm, um ihn Wurfhaken zu erreichen. Okay, also hier das, ne? Achso, da, ach, da, da ist ja auch einer, der hab ich nicht hier sehen. Ach, krass. Das ist schon creepy, Aura. Ach, blauen. Ach, so, das geht auch da ran. Stimmt, hab ich ja gerade vorgewiesen. Ich dachte, das wäre das eine, was wir als Moos bezeichnen. Nice. Schombala. Sesam, öffne dich, aber wir können noch was anderes, wir können noch mal zurückgehen. Wir hatten ja ein paar Sachen. Ach, ich weiß. Wir sind nur dran. Aber ich würde ganz gerne, vielleicht auch offline, die Sachen sammeln. Äh, die wir noch hatten, hier in dem, in dem Dungeon oder sowas, ne, ist das. Haut rein, bis dann. Ciao. Ich bin jetzt hier, hab das ganze, äh, dingens, absacken. Äh, abgesackt. Und hier ist da, wo? Ah, warte mal, das ist auch so ein Ding. Ja. Super. Super. Habe mal was auch. Ich wollte es doch nur noch mal zeigen, hier alles, weil es gerade auch noch die Suppe runtergezogen ist. Äh, hey. Warsch. Junge, ich sehe mich gar nicht. Warum schleichen ich mich? Ich gucke mal. Ah, wir haben noch hier. Was können wir machen? Ach, da ist ja dieser... Ach, da kommen wir überhaupt da vorbei. Ey, komm mal nicht. Wahrscheinlich nur zu dem Siegen, ne? Kann man den ja hier runterlocken. Nein. Boah. Alter, was hat der für Schläge drauf? Holy fucking shit. Boah. Junge. Aber... Die sind ja mega OP. Aber was bringt das hier? Oh. Alter, was? Interessant aber. Hoi, hoi, hoi. Dann komm ich jetzt wieder raus. Ähm. Hilfe. Ich will hier raus. Oh, halt da fest. Mein Fressen. Interessant. Sehr, sehr interessant. Teilweise. So, wir haben jetzt das. Können wir jetzt hier runter. Die Super haben wir jetzt weggemacht. Wo geht's denn hier runter? Hier. Och nein, ne? Oh, nice. All right, nice. Nebensetter. Aber hier noch ein Hebel. Wie wirkt denn da? hey Es gibt noch Zeit, ne? f*** dich doch also jetzt ernsthaft f*** dich Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Der Plan war so gut Aua Kleiner Pisser Geil, haben wir das auch. Toll. Warum springst du an die Stachelseite? Ich verstehe es selber nicht. Ja, haben wir das, das, das. Ja, hier. Ich gucke hier mal. Warte. Ja, haben wir alles. Alter, wo bin ich? Da kann man nicht dran. Arsch, ey. Wie dumm ich mich auch manchmal anstelle. So geht das natürlich. Natürlich, tödlich. Ach, das war auch. Warte mal. So, geil. Geil. Nein. Nein. Bist du blöd. Er soll nochmal machen. Ah. Ähm. Hier sind wir, aber. Was. Was zum Geier? Hat ich das jetzt gebracht? Hä? Äh. Oh. Ah, das ist nur eine Abkürzung. Guck mal da. Oh. Ja, das ist hier. Tja. Da will ich gleich. Ach Mann, ey. Da habe ich doch auch mal. Scheiße. Oh, jetzt wollte ich noch hier allein gucken. Oh, ey. So, das knapp. Nice. Okay. 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 Nice. dawn war es einen neuen geist wird erhalten für gefeinde die treffenden schaden zu drücke zum anlegen tap werde ich gerne aber schafft genug eigentlich ja wir könnten eigentlich noch mal komplett zurück weil das mache ich auch weil das mache ich aber das mache ich aber wirklich offline es wird zu viel wenn ich alles in einen partner einpacken also haut rein bis dann gleich so leute es geht ja weiter bei ori and the will of the wisps und wir sind jetzt ganz woanders ich bin ja noch mal irgendwo reingegangen weiß ich genau wo das ist hier sind wir wir müssen sogar hier ja was diese scheiß viecher bringt nichts Das war echt dumm. Oh nein, oh nein, fängt hier aus dem Bossgegner, tatsächlich. Der macht ja eigentlich gut schaden, oder? Da fehlt es. Ach, so. Och, ne. Die hasse ich ja, ne? Warte mal. Die Smash-Attacke, ne? Das Ding haben wir nie. Äh, fangen wir mal auf. Äh, er? Ja? 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 So, bist du auch noch. Ach, Junge. Was soll das? Macht man es doch nicht so. Oh, was ist das denn? Was für ein Labyrinth, diese alte Müde. Doch, ist... Aber jetzt ist nicht die Zeit zu trödeln. Der Weg ist weit. Ich will ein bisschen gelangen und du musst meine Mühle reparieren. Und seine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück, keine Zeit zu verschwenden. Uh, uh, uh. Ah, ah, ah. Was haben die mit Echen, ey? Nein, Quatsch. Nein, nein, nein. Hier ist es doch mal wieder. Auf der R. Schade ist mir nur. Und jetzt? Ach, da ist er offen. Ah, aber dafür ist das hier beweglich. Warte. Kistalle? Wo ist hier noch was? Ich will ein Versteck mal finden. Ey, wo ist denn das? Was angehalten? Ach so. Ich will ein Versteck mal auf das Nächste. Oh, ja. Wir haben ja. Was ist denn hier? Oh. Nice. Boah. Nein. Was noch? So, einer. Oh nein. Was? Im Uhrzeigersinn. Oh. Teil mich mal. Genau an ihm. Gott, ich hab's eigentlich verdient, ne? Was ist denn im Hebel? Ah, müssen wir das machen, oder? Oh Gott. Wo müssen wir denn jetzt lang? Äh, ich versteh jetzt Null. Da kommen wir nicht lang. Hier kann man aber nicht mehr drehen. Oh, 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 oh. Hier müssen wir rüber. Hier, da ist er doch. So. Ah, okay, und da kommen wir raus. Alles klar. Danke nochmal für die Auflösung. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Die Checkpoints sind aber sehr, sehr nett positioniert, finde ich. Die Checkpoints sind aber sehr, 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 sehr. Die Checkpoints sind aber sehr, 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 sehr. Nein, oh, ne, ich bin wie aus dem Bild. Ich bin wie aus dem Bild, so. Heizpupp, Heize. So, was haben wir jetzt gemacht? Oder was hat es jetzt gebracht? Ah, noch ein Eingang. Das Problem ist, wenn ich mal aus dem Bildschirm rausgehe, weil ich einen anderen Bildschirm habe. Die Maus geht immer automatisch, guck mal, geht immer automatisch aus dem Bild. Das ist so ätzend teilweise. Ach ja, sowas. Eisennadel. Okay, war das Quest gegen mich halt. So, die sind ja schon hier. Na, gern mal. Oh, ein Kompass. Ach so. Gut. Verloren. Ah, das war eine Quest. Ach so. Hm, jo. Das ist so hoch, glaube ich, schon, oder? Ja, da ist es. Guck dir den Pisser da hinten an. Warte mal. Oh, der war verbuggt. Der war verbuggt, hast du gesehen? Nice. Verbuggt, ausgeschaltet. So lobe ich mir das. Äh. Junge, Junge. Wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Äh. Nice. Ah, okay. Ja, das kann man schaffen. Wow. Das war aber. Ah, das bin ich wieder raus. Speed. Da haben wir noch ein Pindüppel. Da ist noch ein Pindüppel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da ist nix, nix. Hä, war hier überhaupt was? Die war ja gar nix. Ich habe hier so gut angestellt, dann war nix. So eine Scheiße. Ah, falsch kommt. Warte mal, nee, was ist das nochmal? Eine Herausforderung. Toll, ich habe eine Herausforderung aktiviert. Oh, 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 oh. Das nehme ich mir auch mit. Ultramurfhaken. Oh, oh. Was ist das? Ah, hier ist auch noch was. Hier rechts. Ähm. Hier ist nix, ne? Oh, hier geht es aber ziemlich hoch. Äh, ich hoffe, das geht nicht weiter. Oh, hier wäre ein krasses Siegkwitz, ne? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Dankeschön sehr sehr nett von euch Dings hab ich auch immer noch nicht Jetzt bin ich wieder aus Häng mich doch am Arsch Ich brauch eigentlich auch gar keine Maus benutzen Eigentlich das doch Nein Okay ich bin wieder hier Das wollte ich auch Warte mal Ich muss mal grad mal Auf 1 reduzieren Ich bin wieder